Meine lieben Freunde, wir müssen reden über die tragischen Ereignisse, die sich am Freitagabend in Solingen zugetragen haben. Es gibt wieder Tote, es gibt wieder Verletzte und wir beschäftigen uns damit, wie es zu diesem dramatischen Attentat kommen konnte, dem so viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Ja, es ist unglaublich. Angreifer stach wahllos auf Feiernde ein. So ist die Schlagzeile. Drei Tote beim Messerterror auf Solinger Stadtfest. Acht Verletzte, Täter auf der Flucht. Was ist passiert und was heißt das wieder für uns, die wir jetzt, wenn es in den Herbst geht, wenn die Weinfeste losgehen, wenn die ganzen Festivitäten wieder sind, was heißt das für die nächsten Wochen und Monate? Was ist das für ein Deutschland, in dem wir da leben? Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn wir beschäftigen uns mit dem, was hinter solchen Schlagzeilen steckt. Es ist brandaktuell und wir werden auch die jeweiligen Ergänzungen und Updates unten in der Videobeschreibung verlinken. So, da findet ihr dann alles, was sich an neuen Ereignissen so zuträgt, wenn der Polizeisprecher zum Beispiel mitteilt, dass man einen oder den anderen dieser Täter dann gefasst hat. Tot und Verletzte auf dem Stadtfest. Am Freitag gegen 21.40 Uhr, also in etwa vor zwölf Stunden, hat ein Mann in Solingen mit einem Messer wahllos auf mehrere feiernde Besucher eingestochen. Der Täter laut Zeugenaussagen ein arabisch aussehender Mann. Und ihr seht, wir reden über Nordrhein-Westfalen und wir reden damit auch nach dem Erlass des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul über Ross und Reiter. Hier wird endlich wieder die Nationalität bzw. die grobe Zuordnung des Täters mitgenannt. Es geht um einen jener neuen Mitbürger, die Katrin Göring-Ecker so wunderbar als Bereicherung genannt hat. Es geht wieder um einen jener Einzeltäter, der mit dem Instrument seiner Wahl dem Messer wahllos auf Menschen eingestochen hat. Nach derzeitigem Stand wurden durch den Anschlag drei Menschen getötet und acht verletzt, davon fünf schwer, teilte die Polizei in Düsseldorf am Samstagmorgen, also jetzt in der Pressemitteilung, die mir vorliegt, mit. Zunächst war von vier Schwerverletzten die Rede. Tatort ist der Frohenhof, ein beliebter Platz in der Innenstadt, auf dem anlässlich der 650-Jahr-Feier von Solingen das Stadtfest Festival der Vielfalt veranstaltet wurde. Ihr seht, Vielfalt, Diversität, es wird von uns immer noch hoch gehalten und gepriesen. Und was passiert? Wir müssen lernen, diese Vielfalt zu kontrollieren, zu kanalisieren und zu integrieren in das, was wir ein gesichertes Umfeld nennen. Unklar, ob der Täter seine Opfer am Hals attackierte. Polizeisprecher Markus Seitz dementierte am Samstagmorgen Berichte, wonach der Täter gezielt auf die Hälse seiner Opfer eingestochen haben soll. Gesicherte Erkenntnis, dass er mit dem Messer auf den Hals seiner Opfer zielt, hat die Polizei momentan nicht an dieser Stelle. Es ist unmaßgeblich. Die Tötungsabsicht hat offensichtlich vorgelegen, wenn er drei Menschen mit dem Messer töten konnte und fünf schwer, teilweise schwer verletzt hat, dann ist es unerheblich, ob die Stichwunden im tödlichen Bereich Zufall oder Absicht waren. Er muss in einem Bereich gezielt und getroffen haben, der zum Tode geführt hat. Polizeisprecher Sascha Kresta hat in der Nacht erklärt, das ist ein anderer, der Angreifer hat wahllos mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Deshalb gehen wir momentan von einem Anschlag aus und weiter. Nach dem Angreifer wird mit einem Großaufgebot gefahndet. Parallel laufen auch Ermittlungen, Spurensicherung und Zeugenbefragung, was in so einem Fall normal ist. Einem Anschlag, glaubensmotiviert, kulturell. Leute, es ist genau diese Situation, in der wir nie wieder sein wollten, nach dem Breitscheidplatz, nach Weihnachtsmärkten. Wir haben jetzt Gott sei Dank die EM, die Europameisterschaft, halbwegs überstanden, ohne dass es da Attentate gab. Aber es gibt aktuell keinen einzigen Tag, an dem wir nicht Messerattentate verorten im deutschen Raum. Und meistens sind diese mit Tätern verbunden, die nicht aus unserem Kulturkreis stammen. Das Stadtfest wurde nach dem Verbrechen abgebrochen, was man verstehen kann. Über dem abgesperrten Gelände kreist in der Nacht ein Hubschrauber. Schwer bewaffnete SEK-Einheiten mit rund 50 Spezialfahrzeugen aus ganz Nordrhein-Westfalen fuhren ebenfalls noch in der Nacht in Solingen auf. Straßenkreuzungen wurden gesperrt. Klar, wenn man nach jemandem fahndet, Einwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen und die Innenstadt zu meiden. In einem Café wurde ein provisorisches Lagezentrum eingerichtet. Die Menschen wurden informiert, die Menschen sind geschockt. Zumal der Täter ja noch auf freiem Fuß ist. Tausende Besucher folgten der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen. Die Menschen sind geschockt, aber friedlich vom Platz gegangen. Es ist gedrückend, so Reul. Herbert Reul, 71, CDU, ist ja Bundesinnenminister, ist Landesinnenminister in Nordrhein-Westfalen. Und er ist derjenige, der vor langer Zeit schon gesagt hat, dass man hier härter gegen diese Aggressoren unserer Kultur vorgehen muss. Er äußerte sich spät nach Mitternacht, man will das gar nicht wahrhaben, was man hier am Tatort sieht. Es ist bedrückend. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten. Wir können jetzt nur beten, dass die Schwerverletzten es schaffen. Ja, das können wir wirklich in der Tat nur. Und dass wir endlich aus diesen Umständen lernen. Denn es ist ja kein Einzelfall, das was da passiert. Es ist keine Seltenheit, dass Gruppierungen, die friedlich feiern wollen, sich einem solchen Stress aussetzen, einer solchen tödlichen Gefahr aussetzen, dass sie nicht wissen, was im nächsten Augenblick passiert. Aber es sind nicht nur diese Feste. Es ist der Besuch in einem Supermarkt, in dem Menschen mittlerweile Messer zücken, an Tankstellen. Überall da im öffentlichen Raum, wo man sich früher gedankenfrei bewegt hat. Ich will von Parks oder Stadtbädern gar nicht sprechen. Diese freie Form, unser Leben so zu leben, wie wir es gewohnt sind, die hat meines Erachtens in Ballungsräumen auf jeden Fall ein Ende gefunden. Es ist dramatisch, was in Solingen passiert ist, aber es ist nichts, was wir jetzt als besonders außergewöhnlich betrachten. Und das macht mir Angst, dass das mittlerweile zur Lebensrealität geworden ist, zu unserem Lebensalltag dazugehört. Und all das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir am nächsten Wochenende und zwei Wochen drauf im Osten unserer Republik Entscheidungen treffen, in denen wir einen neuen Landtag bestellen, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg. Wir müssen Menschen an die Macht bringen, die willens und bereit sind, systematisch und strukturiert hier vorzugehen und auch diesen bunten Blumenstrauß der Diversität anfangen zu rupfen. Wir müssen hier eine Politik an den Tag legen, die es ermöglichen, dass Menschen, die sich integrieren wollen, die sich integrieren können, als Leistungsträger in unsere Gesellschaft übernommen werden, dass aber Menschen, die sich als Gefährder oder als Gefahr darstellen, rigoros die Kraft des Staates zu spüren bekommen. Und ich darf daran erinnern, dass wir in einem Land leben, wo in Niedersachsen die Landesregierung mitteilt, wenn jemand nicht abgeschoben werden will und Widerstand gegen seine Abschiebung hat, anzeigt, dass er auf freien Fuß gesetzt werden soll, wie ein Schreiben, das jetzt publik geworden ist, mitteilt. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und mich nehmen nach wie vor solche Meldungen mit. Ihr hört von mir, das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen.